Krippenwagen-Vergleich.de Wo kann ich einen Krippenwagen günstig kaufen? Ein Krippenwagen ist eine kostspielige Anschaffung, die sich sehr schnell bezahlt macht. Wer einen Krippenwagen günstig kaufen möchte, ist gut beraten, im Internet zu schauen. Doch nicht immer ist ein gutes Angebot auch das Beste. Dieser Artikel informiert darüber, wo Krippenwagen günstig erhältlich sind. Internet. Breites Angebot an günstigen Krippenwagen. Wer online auf die Suche nach einem Krippenwagen geht, wird schnell fündig. Zahlreiche Online-Shops bieten verschiedene Modelle für unterschiedliche Zwecke und zu differenzierten Preisen an. Bei der Wahl des Krippenwagens sollte nicht nur der Preis der ausschlaggebende Faktor sein. Am besten werden die gewünschten Eigenschaften zusammengefasst und dann die Suche im Internet gestartet. Dadurch erhalten Käufer einen Überblick und können die Preise mit den Leistungen vergleichen. Verschiedene Markenhersteller haben sich auf die Bedürfnisse von Kindertagesstätten, Grundschulen, Horten, Tagesmüttern oder Großfamilien eingestellt und bieten neben einem umfangreichen Sortiment auch viele Angebote, die Sparpotenzial bieten. Hier finden Sie eine Übersicht beliebter Krippenwagen. Was ist zu beachten? Der Wettbewerb ist im Bereich der Anbieter von Krippenwagen groß. Deshalb bieten Hersteller und Online-Shops oft gute Angebote und Rabatte. Hier lohnt es sich, ein wenig zu stöbern. Sparen kann man mit Modellen, die bereits einen Nachfolger haben. Dabei handelt es sich nicht um alte Modelle, sondern lediglich um ältere Modelle der Serie. Hier können Sie sparen. Neben dem Preis sind eventuelle Versandkosten zu beachten, denn diese können den Preis verteuern. Auch in günstigen Kaufbörsen lässt sich manches Schnäppchen machen. Offline ist verhandeln möglich. Wer nicht unbedingt im Internet einen Krippenwagen kaufen möchte, kann in einem Geschäft nach Angeboten suchen. Vor Ort besteht immer die Möglichkeit, einen günstigeren Preis zu verhandeln. Fragen kostet nichts und führt oft zu Preisreduzierung, die Händler nicht ohne Nachfrage gewähren. Das kann auch online funktionieren. Wer Händler oder Hersteller anschreibt oder anruft, kann eventuell einen günstigeren Preis aushandeln. Generell gilt, dass es sich lohnt, Angebote zu vergleichen und auch in Geschäften nachzufragen. Der Krippenwagen ist eine Investition in die Zukunft, die auch zu einem günstigeren Preis erhältlich ist. Die Frage, wo ein Krippenwagen günstig zu kaufen ist, kann dahingehend beantwortet werden, dass ein Vergleich immer der beste Weg zu einem günstigen Modell ist. Einige Händler gewähren Skonto von bis zu 5% bei Vorauszahlung oder Barzahlung. Auf den Gesamtpreis gesehen, bietet sich hier ebenfalls die Möglichkeit, den Preis zu reduzieren.